jo hallo leute und willkommen zu einem neuen video von mir hier auf meinem kanal und zwar möchte ich heute zu einem video was ich euch natürlich unten in der video beschreibung verlinke möchte ich einfach mal stellung beziehen heute und zwar hat der liebe tanzverbot letzte woche ein video hochgeladen welches den titel trug ich brauche eure hilfe hieß das glaube ich und darin ging es einfach nur das tanzverbot gesagt hat er fand es bei unge so schön dass er rausgekommen ist aus seinem alltäglichen trotz sage ich mal und er möchte jetzt nicht wieder in seinen alltag so ja in seinen alltag verfallen und wieder weiter in seinem zimmer rumsitzen bis er dann bis er dann zu unge fährt und unge ihn dazu tritt sport zu treiben und so weiter und so fort und tanzverbot hat gesagt ja er möchte jetzt versuchen täglich sport zu machen oder wenigstens eine sportliche eine sportliche betätigung am tag sagt man das so betätigung beschäftigung beschäftigung tätigkeit keine ahnung genau und dann meint er so dass seine community ihn quasi ein bisschen so unter die arme greifen kann und ja ihn vielleicht auf instagram oder so ein bisschen motivieren kann und da also ich habe ja auch mal ich habe damals habe ich versucht so eine abnehmen challenge zu starten was ich ja auch öfter schon auf youtube gesehen habe und genau aber da hatte ich noch halt weniger abonnenten und das ist so im sande verlaufen und dann habe ich letztens zur thematik also zur thematik von simon unge und tanzverbot ein video gemacht weil simon unge ja auch in seinem stream war das also ne weil simon unge auch meinte dass jeder der mitmachen will gerne mitmachen kann und ich habe gesagt hey ich habe da auch ein bisschen probleme mit meinem übergewicht und auch langsam körperlich also wird langsam schon zeit und wichtig dass ich was tue und ja da habe ich mich einfach gemeldet und gesagt ich würde gern mitmachen und jetzt hat tanzverbot seine idee und jetzt sage ich wieder ja ich würde gern mitmachen also ich war heute morgen im sportstudio schon ganz früh ich gehe zweimal die woche zum sport und ich versuche jetzt immer ganz früh hinzugehen weil das hört sich einfach besser an wenn man schon ich meine ich saß um 10 uhr wieder zu hause und habe gesagt hey ich habe heute schon sport gemacht geil also ist auf jeden fall ein anderes gefühl als wenn man den halben tag nur im bett gammelt und ja ich habe natürlich also ich würde dann versuchen auch die nächsten male immer sehr früh schon da zu sein und dann poste ich auch immer was in der story dazu damit ihr das auch verfolgen könnt dass ich auch brav mein sport mache und so und ja weil ich da die letzten wochen auch ein bisschen naja ein bisschen geschlampt habe zu deutsch gesagt und ja das war einfach nur das was ich ankündigen wollte vielleicht kann man sich da ja auch gegenseitig motivieren und vielleicht wird tanzverbot ja auch hier drauf aufmerksam und sagt hey ja gut wir ziehen das zusammen durch wir können uns ja also bisher natürlich zu ungefähr wir können uns ja dann so vielleicht gegenseitig motivieren oder so und naja ok leute das war auch schon alles was ich zu sagen hatte ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video leute ciao bis zum nächsten video